Heeeho ihr Eisenfabrikant Arbeiter, hier ist Jack von Jack in the Game mit der Axel 2, die mal weiter wo aufgehört haben im Eisenschloss. Ich hab erledigt. Äh, ich brauch eins kurz um ein anderes Ding schon hier um mich hochzuhalten. Ja, passt. Heilt ja hoch. Äh, hier müsst ihr aufpassen, hier läuft ein Timer, wenn wir das Teil hochziehen. Und zwar, ich hab's mal rausgerechnet, dass es über 13 Sekunden gewesen ist. Also, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, acht. Na, sagte ich. So. Hier rüber. Gegenstand nicht aufnehmen. Macht das nicht. Zudessen durchrennen, die Leiter hochgehen. Die übersieht man sehr leicht. Aber, die ist da. Geht ruhig hoch. Sie beißt nicht. Zumindest noch nicht. Hier oben erwartet uns nix. Aber weiter oben erwartet uns gerade... ...der... 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 Mit Glück etwas Interessantes. Man munkelt darüber noch. Und zwar... ...ein Leuchtfeuer. Sprich eine Abkürzung jetzt so. Das ist ja so ein kürzester Weg für uns. Und zwar dann dieser Schalter hier. Und ihr hört es garantiert jetzt gerade... ...kein einziges... ...feuer ist weg. So nach dem Motto. Ähm... Jetzt sind wir natürlich erstmal hier zu Uschi wieder. Ja, ja, ja. Aufsteigen. So. Dann haben wir erstmal das hier erreicht. Ähm... Können wir noch ein paar sehen? Ja. Können wir machen. Müssen wir noch etwas aussehen wie dieses eine Wings benutzen. Äh... Ist eh der Knochen... Eh... Der Knochenstauf. Und als Randinfo... Nein, ich hab's immer noch nicht gelöst. Keine Ahnung, was da los ist gerade. Ich kann sagen, dass die nächsten Parts wirklich offline Parts werden. Leider. Was ich schade finde. Der Behrer der Kursen. Seid so. Seid so. Eh... Wenn ich mal wünschen will. Ich hasse diese ekelhafte... Äh... Dingscheiße. Hm... Muss ich uns überlegen. Ja, holen wir mal die Leder... Rüstung erstmal wieder an. Da sind wir auch ein bisschen leichter. Hm... Die Flammenschneise. Ne, halt. Ganz anders. Feuerball für den Fernkampf. Feuerschneise für den Hardcore-Fernkampf. Und reisen jetzt... Zurück zum ähm... Sonnen... Nichtssonnturm. Hier. Egil's Götze. Ich weiß nicht, wer Egil ist. Wenn ihr es wisst... Sagt es mir. Wobei... Wartet mal. Egil's Götze. Egil. Im Übrigen geht doch der Name gerade bei mir. Mir fällt bloß nicht ein. Warum? Und ich hab grad wirklich vergessen, das Knochenstaub einzusetzen, ne? Ja. Ach, halb so wüt. Machen wir nach dem Bosskampf. Denn jetzt kommt gleich ein Bosskampf hier. Nachdem wir das hier aufgesammelt haben. Das ist nämlich ein... Kurzbogenblitz plus eins. So, Shiggy's down. Ah, ich glaub ich nenne sie wirklich nicht mal Shiggy. Die Viecher sind mir gar nicht mal so... Gar nicht mal so schlecht vom Design her. Diese Schuldkröten ähnlichen. Und Shiggy, ne? Und naja. Kein Wasser, aber Feuer. Und... Guckt mich nicht so an. Ich mach meine Sprüche wirklich nicht selber mehr. Ich lasse mir von Kinderarbeitern... Aus Korea. Ja. Schick. So. Aber egal. Genug gelabert. Jetzt gehen wir in dieses Bosskampf los. Ja. 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 Der alte Eisenkönig. Sieht aus wie ein Ballrock, ne? Aber, ne. You shall not pass wird hier nicht wirklich... Äh... Nicht wirklich. Und wir sind nicht ganz alt. Aber... Dieser Bosskampf... Ist ein reiner... Movement. Bosskampf. Das heißt, ihr müsst wirklich nur auf sein Movement achten. Und dann zuschlagen, wenn ihr die Chance... früher und möglich halt... Oh. Und aufpassen, dass ihr nicht in dieses Loch... Gekickt werdet. Ich hab das schon so oft erlebt. Oh. Perfekt ausgewichen. Hopp. Ah. Das war nicht perfekt ausgewichen. Oh. 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 Nicht nett. Oh. 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 Hopp, knapp. So, und jetzt. Jack Attack! Oh! Ah! Die Fingergruppen des Todes haben seine Schwäche bedeutlicht. Die Fingergruppen des Todes Ja, ja, ist schön. So, der alte Eisenkönig ist erledigt. Edler Knochenstaub, perfekt. So, mal ganz kurz mal gucken, was wir hier bekommen haben. Ähm... Siele des alten Ries... äh, letzte Riesen-Den-Wache... Nee, nee... Röppelfüsse haben wir schon gesehen. Habsuchtkamp, wie er Unheilkönigin kennen war. Schmelzer... Die Seele des Schmelzer-Dämonen, der in jenem Schlosshaus, das in einen Eisentümpel versank. Der alte Eisenkönig verlor sein Leben an einen Eisenhaufen, dem eine Seele geschenkt worden war. Hatte es dieses... Hatte es diesen Metall-Goliath schon immer gegeben? Oder war er eine Schöpfung der königlichen Niedertracht? Mhm... Und natürlich die Seele des alten Eisenkönigs. Seel des alten Eisenkönigs, welcher den Flammen, die sein Schloss verschluckten, erlag. Das Eisenkönigs Fleisch war verkohlt und seine Seele wurde besessen von dem, was da unterlauerte. Ja... Äh... Die Geschichte des Eisenschlosses kann ich mal schnell erzählen. Äh... Der König damals... Ein König baute ein Schloss aus Eisen auf dem Gipfel dieses Berges. Und... Mit der Zeit versank das Schloss tief an den Berg, bis es ein Vulkan aufges... Ja... Aufgekrackt hat... Keine Ahnung... Aufgeburt hat. Was dazu führte, dass... Äh... Das ganze Schloss in Lava versank. Sprich, das war auf einem Vulkan gebaut, wenn ich mich jetzt nicht irre. So... Können mich aber auch korrigieren. Ja... Aber das ist die traurige Geschichte des Eisenschlosses. So... Jetzt reden wir hier... Die Seel und die Kurs sind ein und das gleiche. Deine Seel hat noch stärker gestohlen. Ich hoffe, es bringt dir, was du möchtest. Mhm... Okay... So... Ne, warte mal. Wir haben keine Estos Flakow sterben mehr, weiß ich jetzt genau. Und deswegen werden wir jetzt... Ach... So nervig. Wir haben nicht genug alle Seelen dafür. Wenn mal ganz kurz hier... Wie... Nein! Welche Seelen möchte ich dafür opfern? Aaaaah! Na komm, der alte Eisenkönig ist so einfach. Ich hoffe mir mal seine Seelen dafür. Oh... Aufsteigen! Ich denke, dadurch können wir gleich mal den Schild nutzen. Äh... 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 Düb, 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 düb... Da ist er. Ich finde, so an sich ist der... Hammergeil! So... Äh... Äh... Aber... Wir müssen hier woanders jetzt hin. Ähm... Jetzt muss ich überlegen. Ja... Wir müssen nämlich... Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Äh... Wir können jetzt durch den Wald, wo wir die Chateau gesehen haben. Oder wir können jetzt hier runter. Da... Da ich aber nicht genug Seelen habe für den Ring... Ich wollte nicht nur ein bisschen dringend, wenn wir da hinzukommen. Äh... Äh... Auf-Lauf-Lauf-Modus. Ähm... Wäre ich doch noch ein bisschen aussitzen. Ich hab's dann letztes Mal gesagt, ich möchte die EVP weiter auskosten. Aber irgendwie hab ich noch ein bisschen Angst. Aber keine Bange. Wir machen wieder Online-Modus-Kalt. Weil wir an, wenn er wieder laufen würde. Läufen... Läufen... Äh... Ja... Erstmal, macht ihr bitte jeden Raum frei. Oder die Räume. Äh... Zweitens... Holt euren Flammenschneide-Zauber raus. Duftzeit benutzen. Ja... Ähm... 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 Gib mir... ein Moment, bitte. Ich bin gut, glaube ich. Nein, 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 ich bin gut. Wirklich, ich bin. Mein Name ist Rosabeth. Vielen Dank. Vielen Dank, dass du mich beschädigst. Oh, du bist der Reiseer. Ich habe dich noch nicht gegründet. Na ja, ich bin eine Pyromancy. Also, vielleicht könntest du das meine Dank an. Wie ein Christmarrer Stein, okay. Ich wurde attackiert und wurde in Stein. Ich denke. Ich schaue dir mein Leben. Wenn du nicht gekommen hast. Oh. Ich fühle mich schade, diese Ragen zu tragen. Ähm. Ich liebe dich noch weiter zu verdienen, denn du hast mein Leben bereits gegründet. aber... schau mal an mich. Meine Räume sind in Tattern. Hast du noch eine Räume, die du schaden könntest? Ich nehme alles, was du nicht brauchst. Ich bin nicht besonders, wenn es zu einer Macht kommt. Alles in allem wird es tun. Du hast es nur auf den Boden gegründet. Und ich werde es später verändern. Gut. Äh, wir geben erstmal ein bisschen Rüstung. Wir sind da so nett. Geben wir am besten mal dieses Banditenset. Das muss ich sowieso, ehrlich gesagt, kaum noch. So. Ja. Äh, wir können natürlich die Pyromancy-Flamme jetzt hier verstärken. Für 1000 Seelen. Machen wir gleich mal. Plus eins. Gegenstand kaufen. Jetzt können wir hier Sachen kaufen bei der. Äh, unter anderem sogar die Feuersamen, die dazu führen, dass wir unsere Pyromancy-Flamme verbessern. An sich nicht schlecht. Ähm. Aber brauchen werden wir das nicht so wirklich. Äh, ansonsten gibt es hier auch nichts Besonderes für uns. Äh, gut. Danke dir so viel. Ich bin sehr glücklich für dieses Geschenk. Nachdem ich mich in das ändere, gehe ich nach Mejula. Hm. Ich bin nicht sicher, woher ich den Lord finden könnte. Aber vielleicht ist Mejula meine beste Chance. Ich habe ja nicht genug Intelligenz, um ihn nach Mejula zu bringen. So. Und der Schalter, den wir jetzt geöffnet und betätigt haben. Ist dazu da. Äh, dass er jetzt alle Gefängnistüren hier geöffnet hat. Also alle über uns. Okay. Wieso, wie ihr hier kennt, garantiert wieder. Das sind quasi die Listen. Diesmal machen die, ähm... Kein Fluch. Sondern... Ähm... Wie heißt das Wort jetzt dafür? Nicht Fluch. Ach, ich habe das Wort gerade im Kopf gehabt. Äh... Äh... Verscheinern. Jetzt habe ich es. Ach. Und eine Estus Flakus-Scherbe wieder hier gefunden. Sehr schön. Äh... Ups. Nochmal nach oben. Hier können wir jetzt, äh... Na dann... Die Küpen erledigen. Ähm... Denn hier verstecken sich auch ein paar Gegenstände nicht, oder? Ne, auf der Seite waren sie nicht. Müssen sie auf der anderen Seite sein. Wapp. So. Ja. Hier dann des stolzen Ritters. Menschenbild. Bekommen. Das ist immer so schön hier. Äh... Natürlich hier ist nicht der Ort, sondern dass wir sowas bekommen. Mh... Mh... Entmöglich überlegen. Wir müssen ja genau in die Richtung. Mh... Aber wir sind im Schattenwald. Mh... Aber wir bleiben auch nicht lange hier. Mh... So. Der wäre erledigt. Alter. So eine schwindende Seele. Nicht gerade das Beste vom Ei. Aber wenigstens etwas, wie man sagt. Upp. Nur noch ein Leben stehen hier. Das ist scheiße. Ups. Nicht mit Stein werfen. Oh. Drecksfliecher. Jetzt haben wir noch ein paar Estus Flakons. Gucken wir hier lang. Pharoos 2.1 Verkünder werden wir noch brauchen. Ähm... Noch ein einziges Übel. Das ist scheiße. Äh... Ich habe mir gerade da hingekommen. Bezüglich den... Bezüglich den... Bezüglich den... ...duftzweigen. Wir brauchen nämlich wirklich mal... Zwei Stück eigentlich. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Mal gucken, ob wir die noch kriegen. Oh, okay. Ähm... Da oben ist noch jemand, den wir noch ansprechen. Danach sind wir aber auch schon aus dem... ...gebiet weg. Das ist scheiße. Ja. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Ich werde ihn finden und schließen. Keine Böge zu diesem Schäuze. Niemand tut mir so. Für das Schäuze der Welt. Und für meine eigene Ehre. Ich werde das Schäuze leben. Ich werde ihn nicht wieder leben. Für das Schäuze der Welt. Und für meine eigenen Ehre. Ich werde... Für das Schäuze der Welt. Oh, hier... Äh, ja, Kraton ist ja natürlich auch hier. Äh, machen wir es aber natürlich mal anders auf dem Weg. Beziehungsweise, wenn die Irre ist, sogar Feierabend jetzt, mit diesem Part. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon. Wir sehen uns am nächsten Part von Dark Souls 2, dem Displayprojekt, den wir aktuell jetzt hier angehen. Äh, bleib geschmeidig, euer Jack.